Musik Heute stellen wir euch Freiwasserschwimmen vor. Musik Freiwasserwettbewerbe finden in offenen Gewässern statt. Zum Beispiel im Meer oder im See. Musik Es gibt die Strecken 500 Meter, 1.000 Meter und 1.500 Meter. Musik Gestartet wird vom Land oder im Wasser. Musik Jeder Schwimmer darf den Schwimmstil frei wählen. Das nennt man Freistil. Musik Die Strecke ist ein Rundkurs. Musik Die Strecke wird mit Bojen markiert. Musik Der Schwimmer mit der schnellsten Zeit gewinnt. Musik Beim Freiwasserschwimmen ist die Sicherheit wichtig. Musik Rettungsschwimmer sichern die Strecke. Musik Man darf keine anderen Schwimmer behindern. Musik Athleten tragen je nach Wassertemperatur einen Neoprenanzug. Musik Erlaubt sind Schwimmbrillen. Badekappe Nassenklaubern und Aufstöpsel. Musik Weitere Hilfsmittel sind nicht gestattet. Musik Also Freiwasser ist total super. Es gefällt mir sehr gut. Ich finde es schön, dass du jedes Mal andere Herausforderungen hast. Es gibt einen gewissen Kick. Es macht einfach Spaß. Geil. Gänsehaut pur. Schwimmer Spaß. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020